Moin Moin meine lieben Leute der seichten Unterhaltung oder die des Bankenüberweisungsrotts. Guckt mir gerade den netten Herrn Schrank an. Es geht um das Video Skandal System attackiert Heiko Schrank. Ich guck mich schon länger an. Ich mag den Kerl auch sehr gerne. Er ist ein Tutor, ein Aufgeweckter, ein Andersdenkener. Egal. Guckt euch den Kerl von ihm an. Ich kann ihn absolut nur empfehlen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, und das habe ich schon mit einem anderen YouTuber, habe ich mich ja auch schon darüber ausgelassen. Er macht Nachrichten etc. Aber halt auch ein Andersdenkener Trucer und BAM nutzt Paypal. So Leute. Jetzt will ich auch mal was verklickern. Und zwar Knarl Hort. Hier so als Urs Friese, nicht? Wenn ihr Trucer, Wahrheitssuchende, Andersdenkende, weiterhin Paypal nutzt. GPMong, Elitenbastard, dieses Bankensystem weiter nutzt. Kann ich euch nicht für voll nehmen. Knallhart. Ihr müsst von Paypal weg. Nutzt diesen Scheißrotz nicht. Nutzt das ganze Bankensystem nicht mehr. Dann gehe ich an. Wie ich das mache? So. Ihr wisst ja. Gut. Ich bin arbeitslos. Beziehungsweise hab da, ne, bububb. Aber eben zum Freund, äh, oder bekannt ist ja dort zum Nachbarn hier im Rasenmeer, bububb. Verdienen wir eben so 10, 20 Euro. So. Bäm. Dann habe ich aber Hartgeld auf. Ja, Hartgeld, Weichgeld. Egal. Habe ich diesen bunten Schein in der Hand. So. Dann kann ich mal beigehen, das in Briefkuvert reinpacken. Und dann sende ich das halt an denjenigen, der es gerade benötigt. Und ich umgehe das scheiß verfickte Drecks Bankensystem. Ich muss dazu sagen, ich bin leider noch bei der Spastkasse. Sparkasse, Spastkasse. Wir wissen ja, wie die Sparkasse, was sie hier für einen Rotz, äh, fabriziert hat. Da gibt es auch ein paar Videos drüber, was sie in den letzten Monaten da für einen Mist produziert haben. Probst du erstmal. Hau weg die Schose. Äh. So. Das nun hat, äh, von meiner Seite an dieser Stelle. Ihr Trucer. Ihr Wahrheitssuchenden. Seht zu, dass ihr vom Paper weg nutzt diesen Scheiß nicht mehr. Denn sonst, sag ich hier, so knall wie es ist, kann ich euch dafür wahrnehmen. Wenn ihr nicht begreift, dass JP Morgan der ganze Rotte dahinter hängt. Diese US-Eliten-Schweine. Die Kinder fecken. Keine Ahnung, was sie da draußen machen. Und ihr nutzt das System noch. Ja, hallo? Kann ich euch nicht als aufgewacht bezeichnen. Dann habt ihr das System nicht begriffen. Tut mir leid für die harten Worte. Es ist aber Fakt. So. Also. An dieser Stelle. Nähe! Jagdere Alligator, und Tschüss Korski. ... Untertitelung des ZDF, 2020